Nummer 4 Plattenspieler mit Bluetooth-Konnektivitätstechnologie Auch mit USB-Anschluss und in drei verschiedenen Farben erhältlich Dieser Plattenspieler ist vollautomatisch mit Riemenantrieb Hergestellt aus Aluminium, mit Kopfhöreranschluss und Staubschutzhaube Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis Geschenk-Idee für jeden Anlass Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung Nummer 3 Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis für diesen Plattenspieler mit modernem und elegantem Design Erhältlich in weiß Originelle Geschenk-Idee für Musikliebhaber Er verfügt über einen integrierten Bluetooth-Empfänger und einen Gleichstrommotor Er wiegt etwa 6,5 Kilogramm Einfach zu installieren, erzeugt er einen klaren Klang, perfekt mit einem Verstärker Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung Nummer 2 Direkt angetriebener, analoger und USB-Plattenspieler Geeignet für Platten mit 33, 45 und 78 Umdrehungen pro Minute Konvertiert Vinyl-Schallplatten über den USB-Ausgang in digitale Dateien Geschenk-Idee für jeden Anlass und für alle Altersgruppen geeignet Mit einstellbarer, dynamischer Anti-Rutsch-Steuerung Eine Abdeckung schützt diesen Plattenspieler vor Staub Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken Nummer 1 Plattenspieler mit Holzsockel Er hat einen eingebauten Bluetooth-Empfänger, einen manuellen Riemenantrieb, eine doppelte bewegliche Magnetkapsel mit elliptischer Abtastnadel Das RCA-Ausgangskabel ist abnehmbar Im Lieferumfang enthalten sind ein 45 RPM Adapter, ein Gegengewicht und eine Gummimatte Der Plattenspieler ist mit einer praktischen Abdeckung versehen, die ihn vor Staub schützt Er misst 29 cm x 29 cm und wiegt 2 kg Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden Der Preis für diesen Artikel